Spannende Musik bis jetzt habe ich keine der Tod ja wenigstens etwas ich habe keine keine muni mehr dafür dafür habe ich auch noch 33 aber nur sechs leider da habe ich doch dann viel zu viel verschossen sie haben ihr ziel erreicht den einschuss kann ich auch hier machen hat zum glück noch geklappt der sieht hier aus als würde er gleich wieder von den toten auferstehen super daran habe ich jetzt nicht gedacht ich hoffe nur dass wir nicht wieder vom speicherpunkt anfangen sondern davor eventuell ansonsten wäre es sehr mies ein bisschen daumchen knacken ein schluck kaffee der kalt geworden ist so werden hier ach da sind wir müssen noch mit dem kämpfen packen wir einen energieknoten hier wie heißt energieknoten medipack medipack und credits jetzt packen wir ein kleines ja müsste doch erstmal reichen kleines hier bei uns rein so rockbench so rockbench so rockbench so rockbench ha diesmal habe ich keinen einzigen schuss verbraucht Fällt mir lieber noch mal rein Nicht, dass da auch sich irgendwas entwickelt Wollte ich mir die noch aufheben? Ich hoffe, ich hoffe Dass ich jetzt nicht umsonst runterfahre Ne, hatte ich doch schon aufgehoben Gott So töten wir dieses Viech da auf der anderen Seite Äh, ja Ähm, nochmal alle Waffen nachladen Zwei Drei Letzte brauchen wir nicht Hier haben wir das schon Na super Boah, hast du gerade rüber geschafft Stasi hier einmal aufladen Du bist in der Nähe der Chemiestation Sobald du die Chemikalien hast Brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes Ich werde die Auszeichnung mal diesbezüglich durchsehen Ja, aber Feuer, da speichern wir aber nochmal ab Wo müssen wir jetzt lang? Ja, da genau Da genau Die Generationstheorie zu validieren Und jetzt scheint es ihm gut zu gehen Er vertraut mir, Dr. Kain Er hat sein Leben mir anvertraut Er versteht, welche Rolle er einnimmt Versteht, was ich tue Die Stirn wurde desinfiziert und markiert Und ich versuche jetzt einen Kanal zu schaffen Durch den ich das Gewebe Einführe Ja, da wurden wohl Ein paar Tests durchgeführt Um irgendwelche Gewebeuntersuchungen Oh, super Das sieht doch mal aus Als würden wir da gleich mit arbeiten Ha, wenigstens einen Energieknoten 800 Credits Und nochmal Credits Ne, Plasma Energie Das sieht so aus, dass ich gleich irgendeinen falschen Sind die hier schon tot? Hm Mal nachladen Die Frage wird bearbeitet Bitte warten Mischung des Antigens beendet Bitte Kapsel entnehmen Der Kampf ums Überleben ist bewundernswert Aber sinnlos Und doch machen sie weiter Fast möchte ich glauben Wir hätten Hoffnung Unsere Spezies Bin ich der Einzige Der sehen kann Dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind Es nur noch nicht akzeptieren konnten Hören sie darauf herumzulaufen Zu kämpfen Unsere Zukunft Ihre Zukunft Die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet her Gestatten Sie mir Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen Die Kinder Die uns ersetzen werden Unsere größte Schöpfung Die 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 Schöpfung Du kannst es nicht töten Isaac, es regeneriert dich immer wieder, hörst schwindel doch bloß, mach schon! Aber wohin? Dahin! Da müssen wir hier überlassen, ne müssen wir gar nicht lang, super und ich dachte wir müssten hier lang, aber ich kann doch mal hier gucken ob ich hier, ne haben wir nicht. Ist da jemand? Wiederhole Isaac, komm! Genfer, ist da jemand? Kevin, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht, sieht übel aus hier unten, kann kaum atmen, dieser organische Stoff nix überall, mal aufreißen und zurück die vielen Dinge! So, irgendwie... Ich glaub hier sollten wir schleunigst verschwinden. Komm! Achso! Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Nach den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen! Ja, aber Feuer, speichern wir ab! Jo, annehmen, ja! Und ich sage dann, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal mit Dead Space, bis zur nächsten Aufnahme-Session. Und ja, die wird kommen. Jetzt, ciao!